Hi und herzlich willkommen meine lieben Leute hier zurück zu einer neuen Folge Minecraft Series. Ja in der letzten Folge sind wir wieder an die Oberfläche gegangen und wie ich sehe wird es gerade Nacht. Ja, ähm, gehen wir da hin. Hä? Ich habe mich doch irgendwo hier, habe ich mich doch hochgebaut. Ah genau da. Ich gehe genau hier jetzt auch wieder runter und baue mich danach wieder hoch. Genau. In der letzten Folge haben wir ja hier unten angefangen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich heute nicht den Todes-Counter brauche. Das wäre super geil. Ja, ich grabe mich am besten nicht tiefer. Ich bleibe einfach auf der Höhe und grabe hier einfach weiter nach Dias. Hey. Hey. Kannst du dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder sowas? Mal hin experience bekomme ich. Och nee. Ich verstehe es nicht. Wieso gibt es so viel Eisen? Hä? Ich verstehe es nicht. Alles klar. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin ein bisschen überrascht. Aber jetzt ist es ein bisschen überrascht. Und dann sind die Bösen und die Bösen nicht krumm. saucen. So. Ach, fuck ihn, hab ich doch da, Mann. Ein Idiot. Ja, aber wo hatten wir das ganze Eisen überhaupt? Das hundert mich gerade irgendwie. Ja. Ist ja auch egal. So. Tö, tö, tö. Tö, tö. So. Ist ja erstmal erledigt. Dann gehen wir hoch. Und wenn das restliche Eisen noch tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat So einmal ein Brustpanzer, ne den habe ich ja schon, Schuhe, für die Hose brauche ich die Nummer 5, so, zack, 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 und jetzt mal, Volleisen, ich noch genügend Holz, hä, ich bin jetzt zoltin, ich brauche noch ein bisschen, das heißt, ich gehe wieder nach oben, ich baue mir diesmal aber ne Axt. So, ich gehe eine Eisenachs, ja. Okay. Viele andere Schalen macht ein Eisenschwert, 6 glaube ich, ne. Dich, siehe. Das war's. Das war's. Das war's. Joe� es. We're invincible Trust in me We're invincible Don't you see We're invincible 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 Let's escape the gray And let the colors rain Turn the shit we do And our words into Your reality Cause you and me are meant To be what they don't see Never feeling wrong Cause we don't belong And getting higher now We're invincible Trust in me We're invincible Don't you see We're invincible Auf meinem Kanal Halt Mein Name ist Jeff Und ein Skeleton Und ein Creeper Schnell weg 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 Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Wenn es wieder heißt Minecraft Freshdeck Äh Entschuldigung Minecraft Series Seher Schnell weg Gra 거야 Schnell weg Graf Schnell weg